Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den Oldsport Super Grip HN an. UVP kostet dieser Handschuh 120€. Das Design dieses Handschuhs hat sich im Vergleich zu den Vorgängern kaum verändert. Der Lieferumfang besteht aus einer hochwertigen und wiederverwendbaren Plastiktasche, den Handschuh und den üblichen Papierkram. Oldsport setzt hier den HN Schnitt ein. HN steht für einen halb negativen Schnitt. Dabei ist es eine Kombination aus Negativ und Rollfingerschnitt. Der Mittel- und Ringfinger verfügen über einen klassischen Negativschnitt. An den kleinen und Zeigefinger wird innen ein Negativschnitt und außen ein Rollfingerschnitt eingesetzt. Das soll für eine engere Passform und gleichzeitig für mehr Fangfläche sorgen. Der Super Grip Huff Schaum zeichnet sich durch die schwarzen High Grip Elemente aus und soll für bessere Grip Eigenschaften und eine verbesserte Haltbarkeit. Der Handschuhkörper besteht aus Neopren und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. An der Oberhand befindet sich die Shock Zone, welche für mehr Kontrolle beim Fausten und eine bessere Dämpfung sorgen soll. Die Bandage kommt mit dem Easy Entry System, wodurch man sehr leicht in den Handschuh kommt und die semi-elastische Lasche sorgt für individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Insgesamt kommt der Handschuh auf ein Gewicht von 116 Gramm. In Sachen Grip macht der Handschuh direkt aus der Verpackung einen sehr guten und griffigen Eindruck. Trotzdem empfehlen wir den Handschuh gründlich auszuwaschen, da er sonst extrem stark abfärbt. Insgesamt macht der Handschuh einen sehr guten ersten Eindruck. Wie der Handschuh sich auf dem Spielfeld schlägt und ob er überzeugen kann, seht ihr im Testvideo. Bis zum nächsten Mal.